Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Ocarina of Time und Majora's Mask Randomizer. Wir sind hier gerade in der Bucht und retten, ja retten das Eichhörnchen wollte ich gerade sagen, das Seepferdchen, was hier gefangen ist, was von einer Seeschlange gefressen wurde quasi. So, dafür töten wir die jetzt erstmal alle. Das ist halt die Eier, können wir aktuell noch nicht mitnehmen. Es sei denn, ein Ei reicht, aber das glaube ich nicht, oder? Das wäre natürlich bombastisch, wenn man sowas einstellen kann, das ein Ei reicht. Das können wir ja mal ausprobieren. Aber ich glaube kaum, dass das so ist. Ähm, ja ansonsten ist es halt ein richtig krasses Unterfangen, diese ganzen Seeschlangen zu töten. Ich nehme es einfach mal mit, oder? Just for fun. Vielleicht kriegen wir ja unerwarteterweise noch einen Enderhagen irgendwo. Ich glaube hier gibt es normalerweise drei Stück zu finden, oder? Ich meine, es gibt hier auch irgendwie so eine Art Glitch, womit man das Item immer wieder usen kann. Könnte man ja auch ausprobieren. So, ähm, da haben wir noch eine Seeschlange. Da ist auch eine Schatzkiste theoretisch drinne. Schauen wir mal. Wunderbar. So. Wär ist doch keine Schatzkiste drinne. Schade. Hm. So, da. Shit. Die hat mich erwischt. Ja, so ein bisschen. Wir müssen uns auf jeden Fall alle töten, ne? Das ist glaube ich Bedingung. Jetzt bräuchte ich mal wieder ein bisschen Mana. Mana? Mana? Kein Mana. Traurig. Warte, warte, warte. Wir gehen mal runter auf den Boden der Tatsachen. Dankeschön. Perfekt. So, da haben wir noch ein Ei. Es gibt glaube ich, ja, drei Eier und vier in der Festung. Wir haben echt viele Flaschen. Also theoretisch könnte es halt schon darauf hinauslaufen, dass wir die ganzen Eier sammeln müssen. Aber wir brüchten halt noch den Bumerang. Äh, den Enterhagen. So. Und hier müsste es theoretisch, ist da auch noch eine drin? Ja. Ach, guck mal. Da ist echt eine krasse Schatzkiste drin. Boah, wenn da jetzt der Enterhagen drin ist, das wäre ja bombastisch, Alter. Ha, 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 bin so aufgeregt. Boah. Den Frosch. Äh. Von Ocarina of Time ist der, ne? Hm. Okay, können wir auf jeden Fall abgeben. Ist ein wichtiges Item. So. Und ich glaube, das hier ist auch die letzte Seeschlange. Gott. Aber hier müsste auch eine Schatzkiste drin sein. So. Okay, Seepferdchen ist durch. Mal sehen, was wir da für ein Item erhalten. Also da kriegt man einen theoretischen Herzteil. Soweit ich mich erinnere. Und da ist noch eine Schatzkiste. Mit Triforce. Alter, was? Und hier noch ein Schlüssel für... Ganons Schloss. Okay, warte mal, Ganons Schloss. Zack. Äh. Oh, da haben wir alle für Ganons Schloss. Nice. Nice. Wir können Ganons Schloss durchspielen, Leute. Krass. New Wave Bosa Nova. Das ist doch... Äh. Können wir in den Wassertempel rein? Wir bräuchten aber noch einen kleinen Schlüssel. Ist halt die große Frage, wo kriegen wir den? Okay, aber erst mal krass, was wir hier alles bekommen haben, ne? Also das war jetzt sehr... Inspirierend, sag ich mal. Und jetzt können wir in den Wassertempel rein. Jetzt... Weiß ich nicht, ob das sogar krasser ist, das zuerst zu machen. So, am liebsten würde ich mich jetzt einfach wegporten, aber ich glaube, das ist jetzt nicht so easy. Ja, krass. Krass, krass, krass. Ähm. Wir brauchen den Schlüssel noch. Kacke. Ha. Tja. Gehen wir erst mal schnell hier raus. Ähm. Es gibt natürlich einiges zu holen. Vielleicht gibt es auch noch irgendwas krasses zu holen, bevor wir halt den Schlüssel brauchen. Ich meine, Eispfeile haben wir theoretisch auch. Vielleicht können wir den auch irgendwie umgehen, den Boss. Äh. Nicht den Boss, die Tür. Vielleicht können wir die Tür erstmal irgendwie umgehen. Hm. Aber ich glaube, ich würde als erstes mal ganz kurz in Ocarina of Time reinschauen. Als Erwachsener. Und im Kukiri-Wald war, glaube ich, der Professor und würde dem den Ei-Augenfrosch-Typ geben. Ich glaube, das würde ich als erstes machen. Den Roll-Augenfrosch. Oder wie heißt der? Augenfrosch? I don't know. Ihr wisst, was ich meine. Ja. Dann könnten wir theoretisch auch im Waldtempel nochmal kurz reingehen. Da habt... Hattet ihr jetzt schon gemeckert gehabt? Ne? Halt irgendwie geil, wenn wir den Enterhaken oder irgendwie sowas noch bekommen könnten. So. Krass. Krass, krass, krass. Wir haben wieder neue... Neue Punkte gefunden, die wir abarbeiten können. Aber wir bräuchten halt einen kleinen Schlüssel. Schlimm, schlimm, schlimm. Okay. Gehen wir erstmal zurück. Das ist für mich auf jeden Fall so ein Hinweis. Wir haben jetzt den Frosch bekommen. Für mich ist das ein Hinweis. Hey, geh doch nochmal zum Professor. Vielleicht hat der den entscheidenden Hinweis für dich. Enterhaken. Oder Schlüssel. Enterhaken wäre natürlich krass. Dann könnten wir auch erstmal die Eier noch fertig machen. Das wäre super. Dann müssen wir das ja nie wieder machen, wenn wir die Eier einmal haben. Da würde ich mich mega drüber freuen. Da müsste man nicht nochmal in die Festung rein. Dann müsste man das mit den Eiern nicht nochmal machen. Wäre super. So. Machen wir uns mal kurz erwachsen. Und ich glaube, dann gehe ich halt auch nochmal kurz im Waldtempel vorbei. Äh. Äh. Ja. So. Da da da. Wir sind mal wieder auf einer Spur. So, wenn wir jetzt einmal hier sind, gehen wir direkt rein. So. Ich habe auch keine Ahnung, warum ich das das letzte Mal nicht gemacht habe. Ähm. Final Fantasy 10. Ich habe es komplett irgendwie vereiert, dass ich das Auge nicht umdrehen konnte. Oder dass ich das Auge anschieben konnte. Das habe ich komplett vereiert. Ich überlege gerade, was wir noch für Ideen haben. Und ich, ich werde sogar mal Farrores Sturm aktivieren. Farrores, keine Ahnung. Heißt das Sturm? Ja, ne? Ich glaube schon. So. Das haben wir umgedreht. Ich glaube, hier wäre jetzt eigentlich ein ganz guter Move, um das zu aktivieren. Obwohl, ne, warte mal. Ich mache das hier. Aber wie gesagt, ob ich mir das merke, ist dann so eine andere Sache. Übrigens, ich mache mal hier die Geldbörse wieder drauf. Die ist irgendwie ein bisschen buggy. Weil jedes Mal, wenn ich das Ding neu lade, ist das weg. Leider. Aber egal. So. Hier können wir ein bisschen was holen. Also erstmal, ein Herzcontainer. Für Majora's Mask. Nehmen wir mit. Und dann rein da. So. Boah. Jawoll. Zeig mal. Meine Güte. Warum halten die so viel aus? Ist ja mega nervig. Gut. Das war doch nicht schlecht. So. Jetzt kommen wir hier oben raus. Hier gibt es auf jeden Fall. Auch eine Skuldie zu holen. Oder war das hier? Ne, es war gar nicht hier. War die andere Seite. Aber hier gibt es eine Schatzkiste zu holen. Hier gibt es, glaube ich, normalerweise einen Schlüssel. Hi. So. Easy peasy lemon squeezy. Und weiter geht's. Hm. Leider nichts gutes. Oh. Der Heijer-Schild. Hä? Sah gerade kurz so aus, als ob jetzt bei mir der Heijer-Schild weg ist. So. Hier gibt es aktuell nichts, ne? Ne. Okay. Kommen wir jetzt auf die andere Seite? Wie war das? Nein, jetzt kommen wir einfach hier wieder raus. Das war erstmal soweit alles hier, ne? Ich glaube. Ja. Ich glaube, mehr gibt es gerade nicht zu holen. Ich könnte mir noch das von der Skuldie holen. Warte mal. Bevor ich jetzt Ja drücke. Ich habe einfach mal für schöne Musik gesorgt. Aber mir ist gerade noch der Gedanke gekommen, es gab noch eine Skuldie, die wir nicht holen konnten. Indem entsprechend, da gehe ich jetzt mal ganz kurz hin. Äh, war es die Seite oder die Seite? Wir gucken mal kurz hier rein. Es war die Seite. Genau, hier gab es... Gab es hier nicht eine Skuldie, die wir nicht holen konnten? War das nicht hier? War das doch auf der anderen Seite? Oder hat man die doch schon? Warte mal, ich gehe noch mal auf der anderen Seite kurz gucken. Ich bin jetzt komplett bescheuert. Ich glaube, es war schon auf der Seite. So, warte, warte, warte. Ach ne, da oben hängt sie. Ich habe sie nicht gesehen. So, aber wir haben jetzt den Longshot. Da ist das kein Problem mehr. So, was war da? Äh, Ruhtor, oder? Nehmen wir aber trotzdem mit. Ich weiß sowieso nicht mehr, ob der Counter stimmt. Aber hey, shit happens. Okay. Äh. Wir gehen raus. Wir bringen unseren Frosch noch zum Professor. Und, boah. Boah, ich würde sagen, danach. Entweder bekommen wir jetzt noch ein krasses Item, was uns irgendwie weiterhilft. Shit. Oder wir gehen... Oder wir gehen... Oder wir gehen in... Wir werden den Wassertempel rein, oder? Die Frage ist, wie weit kommen wir im Wassertempel ohne Enterhaken, Leute? Das ist halt die Frage. Brauchen wir zwangsläufig den Enterhaken dafür? Ich bin mir nicht sicher. Ich meine, in den Bergen könnten wir, glaube ich, ein bisschen mehr ausrichten. Oder? Boah, schwierig zu sagen halt. So, ich glaube, hier war direkt das Labor, oder? Yes. Okay, pass auf. Wir haben hier den Klotzfrosch. Klotzfrosch, genau. Klotzfrosch heißt der. Scheiße, war denn mal der Klotzfrosch? Doch, der Klotzfrosch ist für den. Klar. Scheiße. Gagobin. Mann, du Affe. Ach, das ärgert mich. Ach, ja, in den... Brauchen wir in Majors Mask den Enterhaken? Directly. Ja, brauchen wir, weil wir kommen sonst gar nicht auf die Schildkröte drauf. Okay, also können wir das schon mal vergessen. Also weiter in die Berge. Theoretisch können wir das machen. Wir brauchen aber den Enterhaken und den kleinen Schlüssel. Also die zwei Sachen brauchen wir, dann können wir das Ding komplett wegrocken. Ansonsten geht's nicht. Yep. So schaut's aus. Das heißt, ich geh jetzt... Ich geh jetzt in die Berge, oder? Ich hätte gesagt, ja. Okay, ich skippe mal kurz, Leute. So, Leute. Ich bin schon mal wieder in Majors Mask unterwegs und rolle gerade hier als Corona rum. Denn ich hab mich jetzt entschlossen, wir gehen als nächstes erstmal in den Schneetempel rein. Das ist erstmal die logischste Herangehensweise. In den Wassertempel kommen wir nicht rein. Leider. Eier können wir... Ah, ich glaub, die Eier können wir auch nicht abgeben. Oder? Ich glaub nicht. Ich weiß nicht, ob das geht, dass man ein Ei abgibt und dann hat man direkt einen Song. I doesn't know. Da gibt's halt nur diesen Bug. Oder diesen Glitch, dass man seine Flaschen mit Eiern füllen kann. Blablablub. Okay, wir gehen jetzt auf direktem Wege. Hier liegt auch immer die Keule jetzt. Das ist auch voll cool. Ja, da hoch könnte man noch klettern. Aber das ist auch mega anstrengend, da hoch zu klettern. Wollen wir's mal machen? Ich mein, man bekommt halt nochmal ein paar Räume. Und ein Item oben. Wir probieren's mal. Könnte aber ein paar Anläufe kosten. So, warte mal. Hier komm ich. Hier komm ich einfach rüber. Guck mal. So, pass auf. Ich kann jetzt hier. Und ich muss, glaub ich, immer rechts gehen. Okay, Leute, vergesst es. Ich lass das erstmal. Also theoretisch ist es möglich, mit sehr viel Geduld, da oben hinzukommen. Man kriegt da noch einen Höhleneingang. Aber da habe ich jetzt keine Ruhe für. Weil ich hier gerade zwischen Aufnahme und ich muss bald zur Arbeit gehen, hänge. Dementsprechend. Zack. Ich würde sagen, wir... Gott. Wir gucken mal kurz, ob wir noch zum Tempel kommen. Nee. Noch nicht. Lande ich wieder am Anfang? Boah, ist das mies. Ich muss das in einem Rush auf jeden Fall schaffen. Jawohl. Erstmal ein Schluck Kaffee. Hä, Pfeile? Warum kriege ich hier keinen Mana? Ich hier einfach alles kriege außer Mana? Komme ich hier überhaupt hoch ohne Mana? Ja. Sehr langsam. Boah, jawoll. Das nenne ich Doppelkill. Nice. Okay, ich latsche jetzt hoch. Ähm. So. Da, 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 da. Ich muss halt nur immer den Felsbrocken, der mir dann, oder den Felsbrocken, den Schneeball, der mir entgegenkommt, der zu groß ist, zerschlagen. Damit ich nicht runterfliege. So. Da haben wir es doch schon geschafft. Es kann so leicht sein, ne? Wahnsinn. Okay, gut, Leute. Ähm. Xenoblade Chronicles gibt es hier. So, einmal alles weggefeuert und dann schieben wir mal eben hier den Felsen rein. Ein kleines Schlüssel Hammer. Genau. So, tschüssi, mein Freund. Okay, wir können theoretisch ein bisschen was machen. Wir müssen halt mal gucken. Ne? Das machen wir mal beim nächsten Part. Ich bedanke mich erstmal wieder fürs Zusehen. Dann schauen wir mal, wie weit wir hier kommen im Eistempel. Bis zum nächsten Mal. Euer Zelt der Junge. Tschüssi. Tsche dir ? Tsche dir ?